Wir sitzen im Klassenzimmer und überlegen wir uns, was wir im Portfolio schreiben sollen über. Wir hoffen Schritt für Schritt Einblicke in die digitale Welt, um die heutigen Möglichkeiten zu bekommen und mit internationalen Freunden zusammenarbeiten zu können. Und digitale Kompetenzen sollten ein Leben lang weiter gelernt werden. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Jetzt haben wir die Gläser. Prost! Na zdravi! Prost! Ich gehe sie gerne. Ich gehe sie gerne.